hallo und herzlich willkommen ich bin auf die jagd nach ticket und heute habe ich das spiel wort series of pokers genauso wie gestern also wenn ich mal starten folge drei machen und das soll ja auch nicht allzu lange spielen weil ich kann da nicht viel zeigen ich habe ja gestern schon alles gezeigt gehabt da wärmer collect free chips 52.000 das ist doch schon mal und damit die werbung so viel nachrichten am antrag recht die und welches richtig links und rechts es ist langsam aber mit Geld, nein Come back tomorrow vielleicht vielleicht auch nicht ich habe fast eine Million kann man das hier spielen als groß einmal das heißt was musste ich hier noch machen Mission ach es sind neue, jeden Tag andere Mission naja dann ich spiele mal das normale Game oh ja 25.000 und nochmal 50.000 5000 nichts nichts 10.000 35.000 15.000 ich möchte die 1 voll haben bitte hier 10.000 noch einen green dann habe ich voll oh es geht los oh oh ich spiele Omaha check check ja kauf dir was schönes 20.000 20.000 ich voll ich habe 2 3 6 ich könnte auf das weiteren 6 hoffen ach da ist die ach der hat auch 3 9 gut gut dass sie nicht mitgegangen bin gut dass sie nicht mitgegangen bin ne ich geh raus nicht mitgegangen nicht mitgegangen ich her ihr joh 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 Das war's für heute. Okay, verpahren. So. Oh. Drei Herzen. Wenn dann in der Mitte noch zwei Herzen sind, dann... Ach, scheiße. Sieben, acht, neun, zehn. Eine sechs oder... Ach, ein Bube. Ach, da gibt's doch nix. Das ist nichts. Scheiße. Full House. Die wären noch höher gewesen als ich... Oh. Fünf, sechs. Fertig, eine sieben. Das gibt's doch nicht. Ach, ich hab gewonnen. Zwei Paar. Fünf, sechs. Oh. Wow. Drei Damen. Zwei Paar. Was ist die letzte Karte? Ah. Zwei Paar nur. Zwei Paar. Zwei Paar. Zwei Paar. Komm. Spielen alles. Jetzt kann man den All-In gehen. Füllo an. ich habe ein paar das rückste lobby hat mir gereicht so ich habe gerade noch ein paket bekommen wo ist es wo ist mein freis paketchen da 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 naja gerade noch mal gespielt eigentlich auf Play Now ok dann wenn du auf Play Now drückst kann es sein dass du noch mal spielst du erst einmal Holden Texas Holden ich bin jetzt 4 4 danach kommt 5 und dann bin ich Dame danach König danach Ass danach Master dann Giant und das war es dann ja genau das war eine schöne kleine Runde Pokern oder Omaha und damit will ich das auch schnell beenden heute danke fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao